Herzlich Willkommen in der Kanzlei Dr. Sonntag, Rechtsanwälte. Ich bin Gabriele Sonntag, Inhaberin der Kanzlei. Ich bin seit 1992 Anwältin, Fachanwältin für Familienrecht und für Verwaltungsrecht. 1995 habe ich mich mit dieser Kanzlei selbstständig gemacht. Herr Rechtsanwalt Tilch kam 1997 dazu und Herr Rechtsanwalt Müller ist seit 2007 dabei. Unsere Kanzlei zeichnet sich besonders durch die persönliche Betreuung aus. Sie werden von uns von Anfang an als Mensch mit Ihrem Problem wichtig genommen und ernst genommen und Sie werden mit Respekt behandelt. Ich lege großen Wert auf Fortbildung, nicht nur bei den Anwälten, sondern auch bei den Mitarbeitern. Ich möchte, dass meinen Mitarbeitern die Arbeit Spaß macht und dass sie sich jeden Tag gefordert fühlen und dass sie für die Mandanten immer ein offenes Ohr haben und kompetent am Telefon beraten und beim Problem helfen. Mein Kollege, Herr Rechtsanwalt Tilch, ist Fachanwalt für Versicherungsrecht und für Sozialrecht und Herr Rechtsanwalt Müller wird in Kürze Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht sein. Der Fachanwalt ist ähnlich wie ein Facharzt, ein Spezialist auf seinem Gebiet. Er kennt sich besonders gut aus, er musste eine spezielle Prüfung ablegen und hilft dem Rechtssuchenden am besten bei der Lösung seiner rechtlichen Fragen. Wir freuen uns, wenn Sie bei rechtlichen Fragen unsere Kanzlei in Fürth in der Hansvogelstraße 2 zu Rate ziehen.